Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Last of Us Part 2 Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dem einen Fragezeichen hier Und dann können wir eigentlich schon zu dem Tor dort gehen Weil das Benzin haben wir ja schon geholt Und in der letzten Folge haben wir noch die Pumpgun dort bekommen Also die war ja dort bei der Bank, dort in dem Tresor Okay Wo genau ist das? Ich glaube wir müssen einfach nur geradeaus, oder? Äh, jetzt müssen wir hier eigentlich rechts Müssen wir hier nach unten? Hm, ja, könnte passen eigentlich Komm ich da mal mit dem Pferd nach unten? Ne, oder? Warte mal Achso, da ist er ein Weg Habe ich vorher gar nicht gesehen Hast du das hier wahrscheinlich sahen, oder? Äh, ist hier irgendwas? Wo? Okay, hier ist noch nichts Warte, ich schau kurz auf die Karte Achso Wir müssen hier glaube ich noch weiter Oh, ein Hase Warte, wir gehen mal hier hin Da kann ich aber wahrscheinlich eh nichts machen, oder? Ja, aber logisch Sind wir jetzt hier richtig? Hä, warte, wir sind schon viel zu weit Ist es hier Vielleicht oben? Echt ein bisschen verwirrend irgendwie Achso, da bin ich hier, oder? Achso, warte Ich schätze hier Ja, das muss hier sein Achso Das habe ich vorher nicht gesehen Okay, ein paar Leichen Dann schauen wir uns hier mal so ein bisschen um Da sind Zettel Es ist alles vorbereitet Wir werden warten Äh, wenn wir den Konvoi Den Konvoi abfangen Und die Federer Offiziere Gefangen genommen haben Kannst du deinen Posten verlassen Und dich uns anschließen Okay Ich weiß, dass du Viele Risiken auf dich genommen Äh, und In ständiger Angst gelebt hast Entdeckt zu werden Wir wissen deine Loyalität Gegenüber unserer Sache Sehr zu schätzen Isaac Okay Warte, um Ne, warte, kann man das noch umdrehen? Ne, geht leider nicht Okay Noch ein bisschen was zum mitnehmen Und das war es ja eigentlich auch schon Also leider ist hier nicht noch mehr Aber okay Also Jetzt haben wir glaube ich alles Ja Aber theoretisch könnten wir noch mal zur Werkbank gehen, oder? Obwohl, scheiß drauf Wir finden wahrscheinlich eh noch eine Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück zum Tor Okay In welche Richtung müssten wir? Ich glaube nach rechts, oder? Okay Warte Ich glaube so Ja, müsste so sein Ne, warte Alter Ist das verwirrend Achso, hier geht es gar nicht weiter Hier vielleicht? Ne Okay Auf jeden Fall mal in die Richtung hier Dann schau ich nochmal auf die Karte Und jetzt vielleicht hier hin Okay, das könnte so stimmen Ne, warte, das ist die falsche Seite Wir müssen in die Richtung Achso, stimmt Von dort sind wir doch auch gekommen, glaube ich Komm ich da so irgendwie rüber? Ah, dort geht es wieder nach oben Das war ein Abenteuer Wir haben sie noch nicht gefunden Hey Die Stadt ist groß Wir haben gerade erst angefangen Ja, ich weiß Ich dachte nur, es ginge schneller Äh Ah, wir müssen zum Generator, glaube ich Der war ja hier Na dann Alles gut Gib den Code ein Die Seitengeneratoren sind ziemlich zähig Du brauchst bestimmt Was hier Oh Entschuldige Was? Gar nichts Okay, jetzt brauche ich einen Code Warte mal Ich muss nochmal kurz auf dieses Ähm Auf dieses Blatt dort schauen Ne, nicht die Karte Okay, es muss glaube ich irgendwo unten sein Äh Ne, warte mal Wo war denn das? Arctur Code Warte, wo sind wir denn überhaupt? Okay, East 2 Ach man, Alter So, jetzt nochmal hier hin Ähm So, lesen 5, 3, 4 und 5 5, 3, 4, 5 5 Dann 3 4 Und nochmal 5 Und das Tor ist offen Ja, kein Begrüßung Oder Sie warten nur auf uns Suchen wir einen Eingang Weil die Fenstermarger Wurf WLF Verstehe Ah, klar Ergibt Sinn Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun Ach, das heißt Wir können auf diese Weise rein Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist Reiten wir jetzt erstmal hier Okay, warte, ich steige mal kurz nach unten Kann ich irgendwas machen? Hier nicht Vielleicht hier Glaub ich aber nicht Ja, okay Okay Hier ist noch ein Generator. Aber ich glaube, der läuft, oder? Oder muss ich den erst anschalten? Also, ich glaube, ich habe einen Code. Warte, East One. Oh, nee, da ist keiner. Toll. Okay, was jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ach so. Aber wir müssen dorthin. Warte, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Kann ich da hoch? Nö. Okay. Ach so. Das ist ja gar kein Stacheldraht. Das habe ich ihm übersehen. Warte, da ist ja einer. Ist das der Einzige? Boah, geil. Munition für die Shotgun. Okay, vier Kugeln passen da rein. Okay, dann gehen wir mal rein. Warte. Warte, ist das hier das Hotel? Ah, okay. Oh, ist ja noch mehr, oder? Oh, na toll. Das sind schon mal, glaube ich, zwei und dann sehe ich noch zwei, also. Oh, hier ist noch einer. Okay, ich sehe schon der fünfte. Okay, wir müssen auf jeden Fall leise sein. Ich könnte da irgendwie einen Molotow- oder eine Schockbombe oder sowas einsetzen. Okay, hier. Warte, das nehme ich noch mit. Könnte ich da irgendwas herstellen? Äh, zwei Molotow-Cocktails oder halt noch Medikids. Ja, dann mache ich noch einen Medikid. Ja, okay, ich kann, glaube ich, insgesamt drei tragen. So drei Medikids kann ich halt mitnehmen. Okay, jetzt sind hier. Warte, ich glaube, ja doch, das mache ich, glaube ich, so. Komm schon, geh da hin. Ja, das ist gut. Jetzt mit dem Molotow hin. Komm schon, der eine brennt doch, oder? Ja, die müssten eigentlich auch verbrennen. Ey, das gibt's nicht. Das Feuer ist ausgegangen. Achso, boah, Alter, das ist sie. Ich habe schon gedacht, sie sind infizierter. Äh, sind das die letzten zwei? Sieht so aus, oder? Warum sind die nicht an der, also an dem Feuer gestorben? Die müssten doch eigentlich verbrennen. Aber wir wollen das machen. Den zweiten Molotow will ich eigentlich nicht verschwenden. Vielleicht mit der Schockbombe, oder so. Vielleicht finde ich irgendwo einen Ziegel, oder so. Das bräuchte ich halt jetzt auf jeden Fall in eine Flasche, oder irgend sowas. Die muss doch irgendwo da rumliegen, das gibt's doch nicht. Weil ich will halt keine Munition verschwenden. Es gibt doch nicht immer, wenn ich einen Ziegel oder eine Flasche brauche. Habe ich keine. Komm schon, hier muss doch irgendwo was liegen. Du kannst mir doch nicht sagen, dass hier nichts ist? Alter. Toll, das mit dem Ziegel kann ich, glaube ich, vergessen. Ah, ganz toll. Oder vielleicht kann ich, ich weiß nicht, irgendwie leise und die halt einzeln töten. Warte, so vielleicht irgendwie. Ah ne, der würde mich doch sehen, oder? Warte jetzt vielleicht schnell. Oh, bitte nicht umdrehen, bitte nicht. So, den hab ich. So, abstechen. Wie sieht er mich? Okay, hab mich nicht gesehen, aber auch wenn dann, wär's auch egal gewesen. Ist nur noch der letzte. Okay, warte, ich geh hier hin. Und hol mir den schnell. Und abschlechen. Okay, gut, alle tot. War das Alkohol oder was? Äh. Nee, es ist kein Alkohol. Ein Kanister, okay. Warte, hier war noch was. Äh, war das gerade Munition für das Jagdgewehr? Ich glaub schon, oder? Ja. Jetzt nachladen. Dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Okay, ist hier vielleicht irgendwas? Oder ist das eine Tür? Da würden wir wahrscheinlich weiterkommen, denke ich jetzt mal. Aber liegt hier noch irgendwas rum, was ich jetzt mitnehmen kann? Ah, hier. Bitte irgendwas Gutes. Ist ein Kanister, glaub ich. Äh, die brauche ich ja für die, ähm, für die Schockbomben. Okay, ist nichts. Geh ich nochmal hier hin. Okay, da ist gar nichts. Okay. Aber ich glaub, wir haben uns alles angeschaut. Warte, was ist hier? Achso. Einfach noch ein Kamin, schätze ich mal. Ja gut, sieht so aus, als wäre das alles gewesen. Schauen wir nochmal kurz hier rein. Okay, dann stelle ich noch einen Molotow-Cocktail her. Jetzt haben wir wieder zwei Stück und noch eine Schockbombe. Da kann ich sogar noch ein Stück herstellen. Okay, da sind wir jetzt auch voll. Zwei Molotows und drei Medikits. Das ist ja eigentlich sehr gut. Aber gut Leute, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's eben der Folge. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.